Liebe fromme Gemeinde, ich lasse jetzt fünf prominente Schauspieler aufmarschieren. Hans Wassmann, Rudolf Schildkraut, Theodor Lohs, Alexander Moisi und Max Palmberg. Ich werde mit Hans Wassmann beginnen. Ja, ja, hochverehrtes Auditorium, ich bringe zuerst etwas Dramatisches. Die Bürgschaft von Friedrich von Schiller, zu Dionis, dem tyrannischen Damen, den Dolch im Gewande, ihn schlugen die Häscher in Wande. Was wolltest du mit dem Dolche, Sprüche, Sprüche, entgegen dem Finster, der Wüterich, die Stadt vom Tyrann befreien. Ja, das sollst du am Kreuze bereuen. Der Schauspieler Rudolf Schildkraut. Die Bürgschaft, die Bürgschaft von Friedrich von Schiller, zu Dionis, dem tyrannischen Damen, den Dolch im Gewande, ihn schlugen die Häscher in Wande. Was wolltest du mit dem Dolch, Sprüche, sprüche, entgegen dem Finster, der Wüterich, die Stadt, die Stadt vom Tyrann befreien. Das sollst du am Kreuze bereuen. Der Schauspieler Theodor Lohs. Wie die Bürgschaft von Friedrich von Schiller, zu Dionis, dem tyrannischen Damen, den Dolch im Gewande, ihn schlugen die Häscher in Wande. Was wolltest du mit dem Dolch, Sprüche, sprüche, entgegen dem Finster, der Wüterich, die Stadt vom Tyrann befreien. Das sollst du am Kreuze bereuen. Das sollst du am Kreuze bereuen.